Heute haben wir für euch als Produkt die Quantum EXO TI. Das ist also aus dieser Quantum EXO Serie, da gibt es ja Rollen und Routen, die zusammen passen, sprich EXO-Skeletal Design. Ein Design in dieser ganzen Serie, in der die Produkte möglichst leicht, aber dabei möglichst robust sein sollen. Die neue EXO TI, hier haben wir ja einmal hier liegen, besteht auch in dem Fall aus einem Carbon Körper, bzw. das ist teilweise Carbon, so wie der Rotor, aber auch Aluminium ist da verbaut. Das sind natürlich beide extreme Leichtbaustoffe, die aber gleichzeitig sehr, sehr robust sind. Man sieht hier dieses leicht Graue und diese Aussparungen da drin, also überall, wo keine Belastung, wo kein Druck auf diese Rolle, auf den Rollenkörper kommt, da kann man ruhig so Aussparungen dann vornehmen, tut der Stabilität überhaupt nichts, also die ist genauso stabil, als wäre das ausgefüllt, wie in diesen Stellen, ist aber leichter. Man spart Material und dadurch hat man einfach Gewicht gespart, ist ja als Angler immer ganz schön, wenn da ein bisschen Gewicht runterkommt. Trotzdem wurde hier also großen Wert auf Stabilität gelegt, wenn man sich mal die Kurbel anschaut. Die ist nicht aus Carbon, hier ist ja ein langer Hebel dran und durch diesen Hebel, wenn man mal so richtig drückt, mal anschlägt oder beim Drill oder ähnliches, dann könnte sich das hier verbiegen und deswegen haben sie die Kurbel aus Edelstahl gemacht. Hört man noch? Das ist hier richtig massives Edelstahl, alles ein Stück, auch da die Aussparung, wo es nicht unbedingt sein muss, aber im Prinzip ist das Material sehr, sehr, sehr robust, schöner Kurbelknauf, auch schön flacher, der gefällt mir, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber der ist rutscht sicher auch mit schleimigen Fingern, dieses Moosgummi, mittlerweile heißt das ja Dublon, aber das kenne ich auch von anderen Routengriffen und Ähnlichem, das ist hier ganz toll gemacht. Die Spule selber vorne, ein bisschen dunkler gehalten, auch da wieder die Aussparung, die übrigens hier ganz toll überall glatt sind. Man kennt das ja, wenn da so Aussparungen, bei anderen Produkten habe ich das schon häufiger mal gesehen, dass die scharfkantig sind und wenn man da mit der Schnur dran kommt oder irgendwas, dann ist das sofort abgeschnitten und das ist hier gar nicht der Fall, also hier ist alles glatt geschliffen, Trommel poliert, ich weiß nicht, wir es jetzt gemacht haben, aber sie haben darauf geachtet, dass da keine scharfen Ränder irgendwo auftauchen. Spule selber auch aus Aluminium, mit einer Keramikabwurfkante, extra glatt, dass die Schnur hier auch gut abläuft, hier noch so einen kleinen Knick drin, das ist bestimmt, damit die Schnur, das kann man glaube ich kaum sehen mit der Kamera, aber damit die Schnur hier so richtig schön abläuft, ohne dass zwei, drei Schnurklänge auf einmal runter springen und dadurch gibt es wieder mehr Perücken, das ist also ein Spezialdesign hier, wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, haben sie ja gerade erst bekommen, müsste man dann mal ausprobieren, manchmal wenn man die Rollen zu voll macht und die Spule ist nicht so 100% gut designt, dann gibt es mehr Perücken, ich schätze mal, das ist ein Mechanismus, der das Ganze hier unterbinden soll. Ganz interessant finde ich auch hier den Schnurfangbügel, wirkt filigran, fein, aber täuscht, denn der ist aus Titan, guck mal hier, das ist natürlich normalerweise der Tod für jeden Bügel, hier, das tut gerade richtig weh, wenn man das mal so tut, aber Titanenbügel kein Problem, das heißt, ich rutsche die Böschung runter mit der Rolle, in Matsch da irgendwo rein oder auf Steine, das macht der nix. Der Titanenbügel, das ist ja mal so ein Punkt, der dann mal schnell kaputt geht, dieser hier wird nicht kaputt gehen, also extrem leichtes Material, extrem stabil, passt zum restlichen Konzept dieser ganzen Rolle, ne, das ist in Ordnung. So, dann gucken wir uns die Frontbremse noch mal an, das ist ja auch wichtig, die mache ich mal auf gerade, dann gucken wir mal, wie... hört man schön, ne, läuft schön sauber ab, das ist alles in Ordnung hier, kann man auch wahrscheinlich ordentlich festknallen, jo, in der 3000er Größe, kein Problem, boah, jo, passt, alles gut, so und jetzt ganz wichtig, Getriebe einer Rolle, das ist ja so ein bisschen das Kernstück, ne, das sind so die äußeren Merkmale und Funktionalität Getriebe, die Rolle muss ruhig laufen, da lege ich immer großen Wert drauf, das ist wichtig, wenn die anfängt zu schlackern und so rotieren, das nimmt ein bisschen Angelspaß, nicht so schön, bei der hier, man kann das auch mal sehen, wenn man von vorne und kurbelt und guckt von vorne drauf, ne, läuft die ruhig oder sieht man den Spulenkopf so ein bisschen schlackern, wie so ein alter Maulesel, tut sie nicht, es läuft ruhig, was will man anderes erwarten, kostet ein bisschen über 300 Euro, dafür muss sie auch laufen, finde ich, tut sie, macht ihren Job gut. Leichtläufigkeit, ja, kenne ich von anderen Quantum Rollen, sie steht dann noch ein bisschen hinter den Flaggschiffen Daiwa Shimano zurück, muss man leider so einordnen, die hier ist natürlich neu aus der Verpackung, ist noch ein ganz neues Fett drin, die läuft sich noch ein, also wenn man damit dann mal ein, zwei Tage gefischt hat, dann ist das auf jeden Fall deutlich besser als das, was sie jetzt macht, aber sie läuft super ruhig, super fein, bisschen einlaufen, dann ist das wirklich eine Sahnerolle, die man sich für 300 Euro mal gönnen kann, wenn man das möchte, wenn man intensiv Spinnfischen macht, robust sollte sie sein, sie hält alles aus, schätze ich mal, so schnell wird dieses Getriebe nicht kaputt gehen, weil sich das Quantum da Wert drauflegt, tja, vielleicht für Weihnachten, das ist auf jeden Fall ein schönes Ding dafür, ne.